Hallihallo, liebe Seelen, herzlich willkommen zum neuen Wochenorakel für die Woche vom 30. 9. bis zum 6. 10. Schön, dass ihr da seid. Bevor ich mit dem Orakel beginne, möchte ich mich bedanken bei, sie hat keinen Namen hinterlassen, eine liebevolle Frau mit Kind, die mich schon seit zwei Jahren schaut, die ich schon seit zwei Jahren begleiten darf. Wenn du das hörst, es ist wohl behütet angekommen, das Deck. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Halloween, das sind genau meine Vibes. Ja, für alle, die es mir nicht wissen, ich bin Skorpion, ich habe Anfang November Geburtstag. Also der Herbst und das Gruselige und das Halloween und das Düstere und Nebel und sowas. Das ist meins. Das ist um eine Jahreszeit. Also, liebe Seelen, liebe Frau mit Kind, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ganz liebe Grüße an dein Kind. So, nun würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Orakel. Das ist das Tarot. Das sind Orakelkarten, das sind drei Decks zusammen. Und das ist mein Lennarmor-Deck, das ich neu gemalt habe, entwickelt habe. Oder wie nennt man das? Ja, ich habe es selbst gemalt. Und ja, wenn du das auch haben möchtest, das findest du in meinem Etsy-Shop. Den Link findest du unter dem Video in der Infobox. Und diese beiden Karten, die ich hier verwendet habe, oder Decks sozusagen, die findest du auch unter dem Video. Wie sie heißen und so weiter und so fort. Gut, also, dann schauen wir. Wo lege ich das hin? Hier. Okay. Für meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Was darf ich weitergeben? Welche Situation darf ich beleuchten im Zeitraum vom 30. September bis zum 6. Oktober? Aber was darf ich sprechen? Wie sehen die Tendenzen aus? Was kommt in diesem Zeitraum? Königin der Münzen. Astem-Münzen. Das Ass der Stäbe. Ritter der Schwerter. Ich find das immer goldig, wie das kleine Kätzchen. Das ist ein Kätzchen. Da hockt's auch. Es ist immer irgendwie dabei, das Kätzchen. Sieht so frech aus. So, dann haben wir noch die 6 Schwerter. Ja, die Welt. Die 8 Stäbe. 7 Münzen. Und der Herrscher. Ich find's, äh. Es wurde mir grad so gezeigt. Ich find's lustig. Äh. Der Herrscher, ne? Und sein Hirn hat er eben dran. In der Blumenmaße. Ah. Okay. Haben sie vergessen, einzupflanzen irgendwie oder so. Frankenstein. Alles ist dran. Nur ist hier nett. Okay. Naja. Und nochmal ein Ass. Das Ass der Kälte. Ja, also das ist so bezeichnend. Das ist wirklich, äh. Also das hier anlassen wir. Also das hier anlassen wir jetzt mal beiseite. Das ist die Energie, die hier reinkommt. Ja, und die 6 Stäbe. Okay. Wo sollen wir denn die hinlegen hier? Das hier anlassen wir mal beiseite. Das ist die Energie. Die, ja, also natürlich, äh, können das nur die verstehen, die Humor haben, ne? Andere werden jetzt denken, was? Das geht doch gar nicht. Ha. So ein Quatsch. Ähm, aber hier ist das schon mit drin. Das Hirn lassen wir beiseite. Äh, das hat ein, das ist eine wesentliche Aussage in dem ganzen Orakel. Weil, das Hirn benutzen ist schon sinnvoll. Natürlich. Aber, wir können unser Hirn auch dazu benutzen, alles zu überanalysieren, etwas zu sehr kontrollieren zu wollen, etwas zu sehr zu beobachten, zu viel nachzudenken, zu viel zu zweifeln, zu perfektionistisch zu sein. Ähm, ja, das ist damit gemeint, mit, lass das Hirn mal beiseite jetzt hier. Schalt mal ab. Schalt die Gedanken ab. Schalt das Gedankenkarussell ab. Hier ist das Herz. Aster Kelche. Lass los. Weil, ähm, die sieben Münzen liegen hier. Es geht um eine Situation, ähm, ja, wo du dazu neigst, etwas zu sehr zu beobachten. Wo du gezwungen bist, gezwungen bist, gezwungen bist, hier ist auch eine Kette um seinen Hals, also er ist gezwungen, da zu sitzen. Äh, wo du dazu gezwungen bist, irgendwie zu warten. Wo du Geduld haben darfst, ja, ähm, und das hören jetzt hier wahrscheinlich die wenigsten gern, weil ich sehe euch in einer Energie, wo ihr das eigentlich gar nicht haben möchtet, wo ihr, ihr seid in einer schnellen Energie unterwegs. Das sehe ich einmal hier mit den A8 der Stäben, das ist eine rasche, zackige Energie, ihr wollt Fortschritt, ihr wollt Taten sehen, äh, ähm, ihr wollt in die Handlung gehen, ihr wollt Ergebnisse sehen. Äh, und zwar positive, das A8 der Stäbe ist hier, und das ist in euren Gedanken, das A8 der Stäbe, da kommt ja auch ganz viel Feuer durch, Temperament, Impulsivität, Spontanität, auch Ungeduld. Und es ist wie, die geistige Welt kommt jetzt um die Ecke, es ist wie, ihr seid hier dieses, ähm, Teufelchen hier, aber jetzt nicht im negativen Sinn, es ist halt ein Halloween-Orakel, ja. Ihr seid dieses Wesen, ähm. Einfach neutral gesehen als Wesen, also du, ja. Und dann kommt die geistige Welt um die Ecke, du willst hoch hinaus, du willst schneller, höher, weiter, ungeduldig bist du, das sehe ich auch hier. Du neigst dazu mit dem Ritter der Schwerter, der ist auch absolut ungeduldig und innerlich unruhig und will immer in Bewegung sein und, ähm, lieber gestern als morgen ankommen oder, ähm, das ist Stress und Hektik. Du kannst dich selbst hier unter Stress und Hektik setzen, wo es eigentlich gerade nicht sein müsste nächste Woche oder dieser Woche, je nachdem wann du guckst. Und es ist wie, die geistige Welt kommt hier um die Ecke und hält dein Schwänzlein. Hey, jetzt mach mal langsam, warte doch, ja. Es ist jetzt nicht nötig, noch mehr zu tun. Es ist jetzt nicht nötig, noch mehr Gas zu geben. Du hast alles getan, was du tun kannst, alles, weil du bist hier der goldige Gärtner da mit dem Kürbiskopf, ist das ein Kürbiskopf? Ja, äh, das bist du und du hast alles getan und schau mal, wie gepflegt das aussieht, schau mal, wie ordentlich das aussieht. Die Kürbisse sind gegossen, sonst würden sie nicht so schön wachsen und, ja, also es ist alles in Ordnung. Du hast alles getan, es ist die Botschaft und jetzt geht es darum, nicht noch mehr zu tun. Ähm, dich nicht noch mehr auf diese, auf diese, auf diese, auf diese Kürbisse zu konzentrieren, sondern versuchen, deine Gedanken davon wegzunehmen, was da wächst, was du angestoßen hast und was du dich gekümmert hast. Äh, manchmal ist es eben nötig dann, nachdem wir alles getan haben, eben den Dingen ihren Raum zu geben, sich zu entfalten, selbst zu wachsen. Manchmal ist es eben, es gibt Phasen im Leben, Zeiten, da ist unser Zutun einfach zu viel, da macht das gar keinen Sinn. Ähm, und selbst wenn du nur ständig mit den Gedanken, wenn dir deine Gedanken ständig um eine Sache kreisen. Direkt gesagt, hör auf damit, das fällt dir schwer, das nehme ich hier wahr, deswegen ist ja dieses Bild hier so bezeichnend mit dem Hirn. Ja, mach mal das Hirn beiseite, in dieser Angelegenheit. Mach so eine Blumenvase. Ja, kümmere dich um dich selber hier. Kümmere dich auch vielleicht um andere Sachen, nicht nur um die eine, weil... Die Königin der Münzen ist hier in der Mitte vom Kartenbild. Das ist eine Person, die sehr tüchtig ist, eine Person, die sehr verantwortungsbewusst ist, eine Person, die ihre Visionen und Vorstellungen hat. Ähm, das ist eine Person, die ihr Business hat, ähm, das kann privat sein, kann aber auch beruflich sein, ja, das ist eine absolut... Das ist eine erfolgreiche Person, das ist jemand, der alles getan hat, sie kümmert sich um ihr Zeug, sie pflegt alles um sich herum, sie kümmert sich wirklich um alles, sehr, sehr liebevoll. Ähm, aber hier kommt eben diese Energie durch und du siehst es auch auf dem Bild, es ist alles ordentlich, es ist alles sauber. Das Gras wächst, die Pflanzen wachsen, sie hat einen Kürbis in der Hand. Ähm, das Kätzchen, der Hase steht für Fruchtbarkeit. Aber hier braucht eben etwas, um, ähm, um, auszureifen oder hier muss man einer Sache eben, ähm, Zeit geben, sich zu entwickeln, voranzuschreiten, weil du wartest hier auf etwas. Das ist wie, du hast gerade mega viel erreicht für dich persönlich. Und wartest direkt auf das Nächste. Du wartest direkt auf das Nächste. Das Ast der Münzen ist ein neues, der neue Kürbis, der hier endlich reif sein soll, den man endlich pflücken kann. Du wartest direkt auf das Nächste, auf den nächsten Kürbis, um ihn zu ernten. Äh, das brauchst du nicht. Es geht wirklich darum, die Gedanken davon abzuziehen. Weil der Kürbis wird auch alleine reif. Du brauchst da nicht, äh, ständig daneben stehen und das beobachten. Welche, du hast definitiv da etwas, was du ständig beobachtest. Obwohl du eigentlich schon erfolgreich bist. Du hast einen Sieg in der Tasche. Du hast in der Vergangenheit alle Herausforderungen überwunden. Du darfst stolz auf dich sein. Du bist in einer guten Richtung unterwegs. Und eigentlich nehme ich das so wahr, du weißt das. Das ist dir bewusst, dass das keinen Sinn macht, ständig etwas zu beobachten, zu kontrollieren, drüber nachzudenken. Auch die Weltkarte sagt hier, du hast gerade einen großen Zyklus abgeschlossen. Die Welt sagt, du bist eigentlich an deiner persönlichen Ziellinie hier angekommen. Ja, und für viele ist es ein berufliches Thema, wenn du sagst, nein, ich bin zum Beispiel in Rente oder so, ich arbeite nicht. Dann kann es auch ein Thema mit dem Zuhause sein. Irgendetwas, was dir wichtig war, was du aufbauen möchtest oder wolltest. Und du, ja, wie ein Meilenstein erreicht hast oder so. Aber jetzt geht es eben darum, zu erkennen, dass sich die Dinge jetzt auch mal von alleine entfalten dürfen. Ohne, dass du ständig hinguckst, ohne, dass du dir ständig Gedanken machst. Ich wiederhole mich. Ohne, dass du ständig mit der Aufmerksamkeit da bist. Mit deinem Hirn. Ja. Weil es gibt ja noch andere Aspekte in deinem Leben, auf die du deine Aufmerksamkeit lenken sollst jetzt. Ja. Zum Beispiel auf dich selber. Um dein Wohlbefinden. Die Königin der Münzen, das ist jemand, der sich gut um sich selber kümmert. Es ist wie, jetzt bist du auch mal an der Reihe. Es ist wichtig, dass du dich nur den Fokus am Außen hast, sondern dass du dich selber eben auch nicht vergisst. Dass du dich um dich kümmerst. Auch um deine Lieben, um die lieben Menschen um dich rum, um die Tiere, deine Haustiere, deine Lieblinge. Hobbys, dein Zuhause schön machen, sich's gemütlich machen. Der Herbst ist jetzt da, hat den Fuß in die Türe gesetzt. Entschleunigen ist hier die Energie. Nicht nur am Außen, sondern in dir zur Ruhe finden. Erkennen. Hier, dass man nicht ständig etwas beobachten muss oder hinterher sein muss. Hier geht es ums Loslassen. Und Vertrauen. Und es geht um das Vertrauen, dass sich jetzt hier die Dinge von selbst entfalten. Okay. Und das Ast der Kelche ist ein neues... Was kommt mir hier rein? Wie ein neues Lebensgefühl. Ein leichteres Lebensgefühl. Dieses im Herzen spüren, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass es richtig ist, nicht mehr so viel im Kopf zu sein. Ja, gerade wenn du in der Vergangenheit eben viel nachdenken musstest. Entschleunigen, den Stress reduzieren, Hektik reduzieren, Sorgen, die, also ich nehme so wahr, du hast Herausforderungen gemeistert, die ein oder andere Sorge darf jetzt auch gehen. Losgelassen werden. Das Ast der Kelche ist in erster Linie das Herz, Selbstliebe, Selbstfürsorge, Liebe zu den Menschen, die dir nahe sind, zu den Tieren, wie die Magie im Alltag spüren können. Ich hätte gerne eine Karte aus meinem Deck für die Königin der Münzen. Ja. An der Unterseite, die Sonne, das ist eine... Ich sage ja, du bist erfolgreich hier in dem, was du tust. Die Sonne ist auch ein Zeichen dafür, dass jetzt die Lebensfreude zurückkommen darf oder dass sie sich noch steigern darf, ja. Für alle, die eben in der Vergangenheit Stress hatten, sehr viel Stress hatten. Und Hektik hatten. Die Sonne darf jetzt zurückkommen in euer Leben. Lebensfreude darf wieder kommen. Leichtigkeit, Freude, Spaß haben. Das innere Kind darf wieder... Man darf das innere Kind wieder mehr ausleben, ja. Und der Blumenstrauß ist eben so eine Karte, die für Freude steht. Für Anerkennung. Erkenne dir... Es ist jetzt Zeit... Ich meine, die Anerkennung im Außen hast du womöglich schon. Aber es ist jetzt auch mal Zeit, dass du dich selber anerkennst. Weil manchmal ist es so, auch je nachdem, was für eine Persönlichkeit du bist oder was für einen Charakter du hast. Manchmal ist es auch so, dass wir erfolgreich sind und wir endlich unser Ziel erreicht haben. An der Ziellinie sind und eigentlich feiern könnten und es aber dann doch nicht tun. Ist dann irgendwie übergehen. Dann schon wieder ans Nächste denken. Es ist jetzt mal Zeit, das anzuerkennen, was du alles erreicht hast in der Vergangenheit. Und wo du jetzt im Leben stehst, sei mal stolz auf dich. Bring dir selber Wertschätzung entgegen. Das ist das, was der Blumenstrauß hier sagt. Das ist nicht nur Anerkennung vom Außen. Es ist wichtig, dass wir uns selber auch Anerkennung schenken. Weil sonst hetzen wir nur von einem Punkt zum anderen. Sieh, was du jetzt erreicht hast. Ich hätte gerne eine Karte noch für den Herrscher. Einmal der Bär. Das ist eigentlich das Gleiche in Grün. Eine Person mit viel Verantwortung. Eine reife Person, wie der Herrscher auch. Eine autoritäre Energie ist hier. Das bist du. Das ist das, wie du gerade in deinem Leben bist. Und was du auch in der Vergangenheit jetzt geleistet hast. Der Herrscher und der Bär stehen für Leistung. Autorität, Führungsposition, Verantwortung, Reife, Stärke, Mut. Und hier haben wir das Karma-Kreuz. Und mich wundert jetzt nicht, dass das durchkommt, weil mein erster Impuls aus dieser Legung war ganz am Anfang, als ich die Karten ausgelegt habe. Das geht wieder um eine Lektion. Und die Lektion ist die, die ich gerade erklärt habe. Das fällt dir nicht leicht, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das Kreuz ist immer wie eine Bürde. Die Bürde, in dem Sinne noch mehr Gas geben zu wollen. Die Bürde, die Kontrolle nicht einfach so loslassen zu können. Selbst gerade, wenn man in der Vergangenheit viel Leistung erbracht hat. Manchmal fällt einem das schwer, das loszulassen. Die Kontrolle loszulassen. Sich selber mal feiern. Mal wieder genießen. Mal wieder die Magie im Leben spüren. Mal wieder das Herz sprechen lassen. Mal wieder eine weichere Energie im Leben etablieren. Das ist die Bürde, definitiv. Das ist die Lernaufgabe hier, in dieser Angelegenheit. Es geht nämlich nicht immer nur um Leistung und Fakten und Zahlen und Entwicklung und Ergebnisse im Leben. Ja, natürlich. Du hast ja alles dafür getan. Aber es gibt eben auch einen anderen Aspekt. Und der ist Spaß, Leichtigkeit, Lebensfreude, Selbstfürsorge, Liebe, Geborgenheit. Ich hätte gerne noch eine Karte für den Ritter der Schwerter. Dankeschön. Das bestätigt sich, der Berg. Aber da hinten geht schon die Sonne auf. Ja, das ist, du hast Herausforderungen gemeistert. Du musstest dich regelrecht durchboxen, auch in der Vergangenheit. Du bist darauf gepolt, Hürden zu überwinden. Du bist darauf gepolt, gerade Leistung zu bringen. Du bist darauf gepolt, mutig zu sein, stark zu sein. Und das gilt es jetzt erst mal loszulassen nächste Woche. Ja, das heißt nicht, dass du nie wieder in deinem Leben Leistung erbringen sollst. Du weißt, was ich meine wahrscheinlich. Alles braucht einen Ausgleich. Man muss alle Aspekte im Leben in Harmonie bringen. Und das, was jetzt im Vordergrund steht, habe ich jetzt mehrmals erklärt. Jetzt hätte ich gerne noch eine Karte für das Ast der Kelche. Das Alte darf gehen. Die alte, schwere Energie darf gehen. Die alte, schwere Energie, die darf da in diesem schwarzen Sarg zurückbleiben. Und der Schmetterling steht für Transformation und Leichtigkeit hier. Okay, ein neuer Zyklus darf jetzt beginnen. Die Welt steht für einen Abschluss und der Sarg steht für einen Abschluss. Und was daraus emporsteigt, ist eben dieser Schmetterling und das Ast der Kelche. Loslassen ist das Thema. Der Sarg steht fürs Loslassen. Habe ich eben vorhin schon angesprochen. Ja, ich glaube, die Botschaft ist klar. Ich lege jetzt noch als zusätzlichen Impuls eine Orakelkarte obendrauf. Ja, ich glaube, das ist schon so. Wir haben die Karte Nummer 30, der Schnee. Es gibt eine Schönheit im Göttlichen. Die sich verwebt mit deinem Sein, eine magische Verzückung, in Reinheit verliehen. Es ist diese Energie hier. Und die Karte besagt, es ist, als würde der Himmel die Welt in eine segensreiche Decke der Reinheit hüllen, beziehungsweise dich. Ich möchte das Begleitbuch dazunehmen, weil da sind immer schöne Worte drin. Also, falls du möchtest, lese ich dir ein paar Zeilen daraus vor. Ja, habe ich schon. So, schnell geht's. Jedes Gestöber bietet die Chance, sich mit dem Göttlichen in Verbindung zu setzen und um Weisheit und Orientierung zu bitten. Das Element Wasser wird seit jeher mit dem Zugang zur geistigen Ebene assoziiert. Bei den heilsamen Eigenschaften von Schnee verhält es sich ähnlich. Doch Wasser kann auch überwältigend sein. Schnee hingegen ist weich und rein, was seine Heilkraft erlaubt, sich sanft niederzulassen, anstatt eine riesige Flut auszulösen. Schnee fällt in deine Legung, um dich daran zu erinnern, sanfter und weicher zu werden. Genau. Herrscherenergie, das Gegenteil. Es ist weder nötig, alles zu wissen, noch gibt es Grund zur Eile. Genau, das ist das Thema. Schau, da steht's. Eile. Erlaube den Dingen, im Laufe der Zeit zu dir zu kommen. Schnee zeigt, dass unbändige Kraft mehr zerbricht, als erschafft. Genau, es ist jetzt nicht nötig, diese unbändige Kraft anzuwenden. Sei sanft und geduldig. Genau, das ist das Thema. Während du deinen Weg weitergehst und darauf vertraust, dass dir alles zur rechten Zeit offenbart wird. Genau, das ist nun mal das gleiche, wirklich in Grün, was ich ja ausgedeutet habe. Und ich seh jetzt auch gerade hier, das ist auch das, was die Karte bedeutet, Sanftheit, Geduld und Zulassen. Also, also die Botschaft ist wirklich, wirklich klar. Und ich hoffe, ich konnte dich unterstützen mit diesem Orakel. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehen wir uns sehr, sehr gerne beim nächsten Orakel wieder. Mach's gut. Bye, bye.